ich sehe es schon ohaaa herzlich willkommen zu part 5 der cutter bewerbungen und hier haben wir nick oder nick laus nick o laus haha ich weiß ich bin absolut unwissig once again ich konnte das nicht entscheiden da ich ein blablablabla genau das hätte mir dann nachträglich über discord hier geschickt gehabt und ja das schauen wir jetzt mal rein habt ihr schon geöffnet herzlich willkommen zu diesem neuen video vom kanal und ja dieses video ist etwas anders denn dieses video ist vor allem für die karte gedacht die sich jetzt bei mir bewerben also qualität aufhören wir sehr gut dass meine community karten kann oder so ja wir spielen heute einfach mal in den grund bedroht ich bin gespannt was die karte draus machen und ich würde sagen let's go wir spielen wahrscheinlich ja ok nice immer Euro zack wem zack 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 flat zack zack ok 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 wenn ich es mal hier hinbekommen endlich also erstmal komme ich halt zum minuspunkt das ist keine musik im video allerdings verwendet er wiederholungen er verwendet halt wiederholungen und das intro ist auch da ich glaube er hatte sich nur auf bedwurst konzentriert verbessert wirst du es nicht mehr lange ich tue natürlich nicht fast wird schon weil ich das überhaupt nicht kann ok ich muss den punkt muss ich doch mal wegnehmen und zack ok es werden wie gesagt auch einblendung hier verwendet transition ist okay dauerhafte bewusstung ist wie gesagt ich verzeichne mal dieses fahrstuhl musik ding unter oder hat er doch musik gemacht ok ich nehme mal den punkt musik mal raus weil hat ja teilweise anscheinend musik drinnen machen wir mal zu wenig aber du arbeitest mit und auf jeden fall auch mit und ich mache das also von katz viel her ja auch in ordnung immer noch nicht egal so es sieht dass ich gar nicht so weit für mich aus jedes mal der menschen kann ich es besser und also mits werden auf jeden fall wenn man hier vorkommen benutzt okay auch timelapses okay ich darf ich hasse 1 in 1 und runter gefallen videolänge ist auch also für videolänge ist perfekt sehr viele rede pausen ich bin ultra angespannt also musik manchmal weg ich würde nur gerne wissen wo wir zuhören ich seh gleich schnell ist mein bett weg so okay ich glaub hier macht ihr ja nächste konkurrenz mit nado also ich muss ehrlich gesagt sagen so eine mischung aus euch beiden wäre so der perfekte cutter so wie ich mir vorstelle also ich kann sagen anspannung ist da also auch geil finde ich jetzt immer passende er wollte in die mitte musik verwendet hat das spiel verlassen hat das spiel verlassen oh mein gott das ist meine chance Teamwaffel hi freut euch das zuhören also auch cool dass er immer passende musik verwendet er verwendet natürlich auch schon timelapses es ist auch so dass es realistisches bauen wie realistisches bauen aussieht zack zack oh gott das ist meine chance zack 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 ja also die Ding effekte sind auf jeden fall da und jetzt bin ich mal gespannt was nimmt er noch dazu und dann gehen wir weiter zu duels okay er geht er nimmt den duels part fucking go ah ich hab bock auf duels und ha 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 ach so das das bild lag mir der ach so das ist ein video ja ha 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 ey komm ich weiß selber dass mein internet und meine übertragungsqualität nicht die beste ist nehm wir noch andere einfach kurz umdrehen ich sag vor jetzt die fragen nimm doch ein paar mehr duels rein oder so und was ich zum schluss noch spielen wollte war jetzt erkenne ich natürlich nichts mehr ähm so und als letztes gehen wir auch in die runde party games okay die wunderschönen gleich die wunderschönen gleich und ich hab meinen schon wieder einen verpackten skin dankeschön habt dafür skin customisation refresh lady mod und geht doch und tipp ich weiß ich weiß es ich weiß es okay warum hast du dann den effekt nicht verwendet schweiner ding okay gut da bin ich gar nicht da bin ich auch relativ gut drin ich fahre gleich direkt auf sehen also wie gesagt denkt dran es wird demnächst wahrscheinlich ein Video weil wir sind ja jetzt relativ bestimmt schon bei 60% aller Cutterwerbung angekommen das heißt es wird demnächst ein Community Vote Video rauskommen wo ihr als Community die Möglichkeit habt abzustimmen für euren Favoriten für die Person die ihr haben wollt als zukünftigen Cutter und daran wisst ihr auch meine entscheidenden 5 Spiele verbleibend ja veranordnen und diese orientieren 5 Spiele verbleibend ha fuck oh mein Gott 3 Spiele verbleibend ey als ob der immer die gesamte Zeit in diesem Ding gekillt hat gecampt nicht gekillt jung ja komm geht einfach beide auf mich sorry aber wirklich bei diesem Game sollte es ja einfach um Kills gehen weil es ja immer diese diese Campers gehen sind so schlimm zweiter immerhin und damit bin ich sogar Platz 2 aktuell ja komm alter weißt du ja ich muss noch irgendwas dazu sagen ach dieses Ding ich hasse es und hat er nen Timelapse drinne fast von Orange von Pink eingeschossen worden hallo hackst du auch mal ich glaube es hackt ok der war nicht das muss mich einschliessen let's go let's go let's go ich muss jetzt wirklich noch aushacken und ich habe keinen plan wie viel mir noch fehlen bis zu vier ja gerade ich muss ein minimum drei stelle ich muss besser panda ganga ja ich war relativ still ich genieße ist einfach die videos aber ich sagen muss es inzwischen ein bisschen langsam meinen eigenen content zum 500 mal anzuschauen ich würde sagen inzwischen hängen wir im videoschub dieses videos einfach nur aus den ohren raus welches die so oft hier angeguckt habe also meine laune ist jetzt was da angeht nicht wirklich groß ich weiß schon dass ich beim nächsten raus fliehen sind noch zwei machen jetzt noch hier jemanden weg ich habe es gerade noch so und unten drunter noch hier nochmal findet das ding nicht und verkacke drei sterne das reicht nicht zum ausgleich oh mein gott damit beende ich das video mit dem dritten platz wir haben sämtliche hypixel ok macht ihr die einblendung blabliblub ok zoom ich hoffe es hat euch aber ich glaube das zoom kommt von mir wenn ja dann lass doch ein like da ein abo da und aktiviert die glocke das müssen wir die karte schaffen also die einblendung auf jeden fall machts gut tschau warte mal ich habe mir hatte ich mir doch hatte ich mir ich hatte mir doch notizen gemacht garantiert hat ich mir notizen gemacht genau also halt wenig games und wenig die einblendung verwendet allerdings natürlich dafür dass es macht die einblendung so aber ja ich würde auf jeden Fall sagen auch sehr interessant gefällt mir auch der cutstil zack und ja das war es dann mit dieser karte bewerbung wir gehen ich kann da kurz nichts weiter geben nächstes mal gibt es zedrocks und soweit ich mitbekommen habe sind die sogar relativ professionelle karte die karten natürlich für viele leute aber darum werden wir uns im nächsten video kümmern ja habt noch einen wunderschönen tag lasst gerne ein like ein abo da und aktiviert die glocke wenn es euch gefallen hat wir sehen uns im nächsten video ja 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 ja